Meine Damen und Herren, es tut sich etwas in Deutschland. Da gibt es eine neue Partei. Die Alternative für Deutschland, kurz AfD, die mischt die politische Landschaft in diesem Land auf, wie es vor ihr allenfalls den Grünen in der Phase ihres Entstehens vor mehr als 30 Jahren gelungen ist. Immer volle Hütte, extrem viel Zustimmung auch. Und so gibt es wieder etwas zu wählen im Land. Und zunächst einmal weise ich darauf hin, dass schon das Wort Flüchtlingskrise als solches falsch ist. Das ist nur am Rande. Insofern könnte man auch sagen, da ist niemand ein Flüchtling, weil dann müssten sie über See einreisen. Aber diesen Aspekt lasse ich mal außen weg. Und da halten wir eben dagegen als Patrioten, als Bewahrer christlich-abendländischer Kultur. Wir wollen nicht, dass Deutschland islamisch wird. Danke. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020